Musik 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 4. war ja in der Dynamisko Crescendo Molto Espressivo in den Hörnen. Wo die Klarinette beginnt mit dem Auftrag mit dem ersten Horn, bitte. Da steht das zweite Tranquillo, gell? Haben Sie das? Da, rin, ba, und dort fangen wir an. Erstes Horn und da, die, da, die, da, die, da. Ja, dafür sind wir, meine Herren, immer bei dem Thema nur eine kurze Pause dazwischen. Immer nur eine Achturpause, jedes Mal, wenn das kommt. Bitte noch mal, ja? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020